So ist das einfach mal, wenn man hier auf Internet-TV trifft. Hier ist Marc Wegerhoff und FetzTV und wir berichten natürlich für newson-tour.de und ich sag mal so, wenn beide auf einmal moderieren, dann hat das so eine Dynamik, das ist einfach unbeschreiblich. Beide reden, beide sprechen über das gleiche Thema fast, aber es ist trotzdem nicht das gleiche, weil unterschiedlich die Kamera auf uns zeigt und man kann von hier drüben mal Hallo sagen und dann auch... Viele Grüße erstmal, newson-tour und wir gehen einfach mal hier hinten rum. So, wir haben einfach das Mikrofon mal getauscht, FetzTV mit newson-tour und Lorenz Büffel. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. So, jetzt pass mal auf. In diesem Sinne, mein Freund, ich hab gehört, was war ich irgendeine Schlauchboot-Aktion? Ne, 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 ja, wir sind noch dran, aber ich hab jetzt schon ein bisschen Angst auch vor der Masse. Wir wollen heute Stage Diving mit dem Schlauchboot machen und das wird schon eine Nummer. Da muss ich ehrlich mal sagen, ich hab schon viele verrückte Sachen gemacht, ne? Aber, pfff, das wird hart. Da kann man sich ja gut auf die Fresse legen. Voll. Und da hab ich echt Angst davor, ne? Weil, pfff, was da alles passieren kann, ne? Ja, die Haare brechen ab. Haare brechen ab, äh, der Anzug geht auseinander, alles Mögliche kann da passieren. Und die Interviews alle vorher machen, ne? Deswegen jetzt alles schnell reinziehen, weil vielleicht komm ich nie wieder zurück. Dann ist das ja eigentlich auch besser, dass wir das alle irgendwie zusammen machen. Ja, weil wenn Oberhausen, äh, wenn man bei Oberhausen in den See sticht, kommt man vielleicht nie wieder zurück. So, das ist Lorenz Püffel. Ja, Marc Wegerhoff, FESTV und News on Today. Bis bald. Ja, Marc Wegerhoff, FESTV und News on Today.